So, dann kann es auch weiter gehen. Oh, der hat sogar was gefunden. Öl. Ja, nice. Äh, noch was. Aber wo? Äh, das ist auch manchmal echt ein bisschen blöd hier mit dem Looten. Da. Hä? Aber da habe ich doch gerade... Ich dachte, er hat noch was gefunden. Hat er aber scheinbar nicht. Das ist eine größere Pflanze, oder? Aua! Die sind ja richtig mies. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, glaube ich. Wo kommen wir hier noch lang? Äh, Lehm. Mhm. Ja, da will ich auf jeden Fall warten, bis die erstmal angegriffen haben, bevor wir die killen können. Ja, bei dem geht das wieder nicht so gut. Oh, voll daneben. Aha. Die fliegen lassen wir wieder aus hier. Die sind... Nee. Was ist das? Da fehlt uns wahrscheinlich noch eine andere Waffe, ne? Sag mal... Hundi, was tust du denn auch die ganze Zeit? Okay, da wird's weiter hochgehen. Aber ich würde gerne einfach mal noch ein bisschen weiter gucken hier. Dem Gebiet. Nektar gefunden. Oh, nee. Oh, aua. Ähm, da ist eine Höhle. Moment. Kurz bin ich vor einem Level ab. Äh, defensiv. Suchend. Aggressiv. Ach, das kann ich auch noch ändern. Stimmt ja. Nee, das wollen wir gar nicht machen. Nee, hier will ich bitte rein. Glätter. In der Hoffnung, dass wir nochmal ein Level abgleich irgendwann mal bekommen, ne? Okay, eine Wurzel. Was ist das jetzt hier für eine Höhle? Aha. Ich kaufe und verkaufe die besten Rüstungen. Bleiarmband haben wir schon Panzer. Haben wir auch schon Panzer. Rüstung haben wir noch nicht. Dann nehmen wir die auch einmal mit. Wachs. Und drei Stücke Wachs. Also insgesamt vier. Ja, nicht schlecht. So. Dann können wir hier aber nochmal equippen. Das war neu, ne? Haben wir den Rest schon an? Ja. Wunderbar. Ich will das Menü irgendwie mal anders beenden. Oh, nee. Jetzt leben die ganzen Pflanzen ja auch schon wieder. Ah, voll daneben. Nee, doch nicht. Ach, Hundi. Ist doch nicht dein Ernst. Warte mal, war das Ding gerade noch nicht da? Ja, jetzt greift er an. Genau in dem Moment, wo ich auch wieder angreifen kann. Oh, dramatische Musik. Äh. Ist das eine Spinne? Was ist das? Äh. Hoffentlich kommt da noch einer an. Das ist eine Spinne. Aha. Wo kam die denn her? Wo kamen die denn jetzt her? Oh, Hundi Level ab. Was hat er gefunden? Ach, kriegen die schon wieder nur in der Luft Damage, oder was? Oh, vergiftet. Ähm. Jetzt nur die Frage. Eigentlich müssen wir Hundi heilen, ne? Haben wir dafür noch ein Item? Beutel, Zauberperle, Glex hier. Äh. Wir haben den Zauber dafür, ne? Heil Aura. Mhm. Dann leveln wir den auch, ne? Und Hundi ist ja trotzdem echt stark. Kann man für den schon benutzen? Äh. Was ist das denn? Du betrittst das Land der Knochen. Bereite dich auf dein Ende vor. Was? Ah, Echsenmenschen. Okay. Wir haben auch diese, diese Zauberperlen hier. Reinkarnation, Orkan-Tornado, Hitzewelle, Feuerhölle. Bitte was? Ähm, ähm, ähm. Gehen wir einmal Hundi? Äh, ich würde mich gerne... Habe ich ihn jetzt nicht gehealt? Warum ist Hundi tot? Äh. Aua. Aua. So, beleben wir ihn gerade mal wieder. Ich habe auch noch Zauber hier, ne? Die können wir ja auch mal benutzen. Alter, wie übel sind die denn? Ähm. Ja, moin Captain Plant. Was geht? Junge, die sind ja richtig strong. Ne, nix, Heil-Aura. Schlammbombe. Wollen wir beide mal festhalten? Äh, 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 äh. Na 15 Stunden Assassin's Creed muss ich sagen, sie haben sich richtig wenig Mühe gegeben. Ich habe auch schon gehört, das Spiel ist irgendwie... Naja. Ich habe es nicht selber gespielt. Kann sie uns heilen? Heilen kann sie uns nicht, ne? Ähm. Blätter. Alles, was geil war, haben sie ausgetauscht. Oh, nö. So schlimm tatsächlich. Also, ich habe halt gehört, dass es viele Bugs hat. Ja, Level up. Oh, nö. Da ist noch so einer. Komm, machen wir die mal ein bisschen mit Magie fertig. Wir müssen die Magie eh noch leveln. Ist ja auch noch wichtig. Sag mal, warum hat der schon wieder so wenig Leben hier? Müssen wir ihn gerade mal mit Nektar jüngen, ne? Aua. Alter, die sind aber auch lame, die Viecher. Junge. Echsenkönig. Ich brauche gar nicht mehr schleichen in dem Assassinen-Spiel. Okay. Sag mal, Hundi, kannst du den mal jetzt hier fertig machen, bitte? Was ist das als Boss? Ist das Minibus? Nein! Ich wollte mich noch healen. Ich wollte mich noch healen. Hey. Sag mal, nicht, wir haben hier unten gesp... Oh. Wing-Story ist gut. Nein, mal hin. Wer war er denn jetzt hier? Ah. Ja, wir gucken mal. Hatten wir alles ausgelöstet? Hatten wir? Wasser, Wurzel, Öl, Wachs. Wir müssen eigentlich auch viel mehr mit diesen Zaubern da noch arbeiten, oder? Ein bisschen Öl noch. Ich habe nicht genug Geld, das ist ja okay. Ja, dann können wir jetzt wenigstens noch ein bisschen zaubern hier. Hatten wir alle Items da unten geholt? Ich glaube, bei dem einen da unten waren wir jetzt noch nicht, ne? Ne, das hatten wir noch nicht. Ja, da müssen wir da noch hin. Aua. Da bin ich ja echt froh, dass ich mir Assassin's Creed nicht geholt habe, ne? Muss ich ehrlich sagen. Er geht schon wieder durch die Wand hier, ne? Der Kollege. Richtig uncool. Jetzt sollte ich auch mal ein bisschen leveln, oder sowas. Aber irgendwie hatte ich auch nicht wirklich die Möglichkeit, viel Sachen zu verkaufen, auch viel Krallen hier zu farmen, ne? Bis jetzt. Ich weiß natürlich nicht, ob ich hier von jedem Gegner einfach Krallen bekomme, aber ich glaube schon. Also ich glaube, jetzt hatten wir ja alles. Dann können wir wieder nach oben. Ja, das ist, glaube ich, der Käpt'n plant. Du bist ja so ein richtiger Fanboy von Assassin's Creed, ne? Er hat auch nur Zutaten. Ich würde gerne ein paar mehr Sachen zum Healen haben. Jetzt können wir halt die Rüstung nicht kaufen, ne? Die können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Ach, du hast nur den gespielt, okay. Hier waren wir schon, ne? Bei ihr. Ja. Ich hätte uns die Perlen gegeben.